Hast du auch wirklich alle Geschenke, lieber Weihnachtsmann? Das kommt mir so wenig vor. Ich habe alle Geschenke. Macht euch keine Sorgen. Ich habe alles dabei. Jetzt muss ich mich aber auf den Weg machen, damit ich pünktlich bei den Kindern bin. Auf, auf, ihr lieben Rentiere. Bringt mich in die Stadt zu den Kindern, damit ich meine Geschenke verteilen kann. Tschüss Weihnachtsmann. Tschüss ihr fleißigen Elfen. Ho, ho, ho. Ist das eine schöne Winterlandschaft. Da werden sich die Kinder aber freuen. Oh, was ist das? Ihr müsst ausweichen, ihr müsst ausweichen. Oh, was war das? Oh, so viel Schnee. Oh Mann, ich kann nicht mehr aufstehen. Und meine Rentiere. Geht's euch gut? Ich stecke hier im Schnee fest. Hallo? Hallo, hört mich jemand? Oh Mann, ich glaube ich brauche hier Unterstützung. Da kann mir nur die Paw Patrol helfen. Ich löse mal den Alarm aus. So, ich bin sofort soweit. Noch schnell die Schwimmflossen anziehen. Du Ryder, da bin ich aber gespannt, ob du hier in dem See den Schlüssel wieder findest. Vor allem bei der Kälte. Es ist doch höchstens zwei Grad. Tja, Robbe, das ist jetzt der Test. Aber ich denke schon, dass ich den Schlüssel finden werde. Es ist nur eine Frage der Zeit. Oh Mann, hört ihr das? Das ist doch ein Notruf. Schnell in den Paw Patroler. Das schauen wir uns mal an. Der Notruf kommt hier ganz aus der Nähe. Aber da liegt viel Schnee. Ich versuche mal eine Funkverbindung herzustellen. Hallo? Hallo, hörst du mich? Wer ist da? Hier spricht Ryder von der Paw Patrol. Hallo Ryder, hier ist der Weihnachtsmann. Ich bin mit meinem Schlitten verunglückt. Ihr müsst mich unbedingt retten kommen. Ich stecke im Schnee fest. Paw Patrol, haltet euch fest. Wir fahren mit dem Paw Patroler sofort dem Weihnachtsmann helfen. Das ist ein absoluter Notfall. Oh mein Gott, ist das viel Schnee. Der Schnee ist ja einfach zu viel. Da kommen wir mit dem Paw Patroler nicht durch. Rubble, Zuma, los in die Fahrzeuge. Schaut mal, wo der Weihnachtsmann ist. Der muss hier irgendwo sein. Okay Ryder. Rubble macht das rucki zucki. Chase, wir beide bleiben hier und überwachen die Position. Ist gebongt, Ryder. Super, da seid ihr ja. Los Rubble, schieb mit deinem Bagger den Schnee zur Seite. Zuma hinterher und versuch mit dem Greifarm den Weihnachtsmann hier rauszuziehen. Los Zuma, jetzt du. Rubble hat dir den Weg freigemacht. Hier bin ich. Hier bin ich. Rubble, stopp. Rechte Seite. Da ist der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten. Ich versuche durch den Schnee zu kommen. Hallo Weihnachtsmann. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Ich stecke nur im Schnee fest. Vielleicht holt ihr mich hier raus. Das machen wir. Du Zuma, ich hol den Weihnachtsmann da raus und du ziehst mit deinen Greifarmen den Schlitten aus dem Schnee. Okay, Rubble, auf geht's. Ich bin aus dem Schnee raus. Wie geht's meinen Rentieren? Denen geht's gut, Weihnachtsmann. Ich konnte sie aus dem Schnee befreien. Ach, meine treuen Rentiere. Schön, dass es euch gut geht. Weihnachtsmann, ich ziehe jetzt noch den Schlitten raus. Ah, ich bin so froh, dass es allen gut geht. Ich auch, Ryder. Vielen, vielen Dank. An die ganze Pau-Pacholl. Und ich bin so froh, dass es auch meinen Rentieren gut geht. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu den Kindern und bringe die Geschenke. Das ist eine super Idee, Weihnachtsmann. Da werden sich die Kinder aber freuen. Macht es gut, liebe Pau-Pacholl. Und vielen, vielen Dank. Super Arbeit, Pau-Pacholl. Und wieder mal konnten wir jemandem helfen. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß, liebe Kinder. Bitte abonniert unseren Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.